Also ich will nichts sagen, aber es sieht ziemlich bescheuert aus, was du da machst. Bitte, bitte, mit dem Auto ein bisschen nah in die Rad fahren. Habe ich ihn getroffen, Robert? Nein. Ich bin aber auch schlecht, der Schütze, oder? Hör auf. Darf ich zu mir? Ach komm, ich überfahre. Nein. Könntest du mir ne Blutrazos geben? Ich hoffe, ich brenne den Reifen ab. Ich habe mir den Reifen kaputt gefahren. Du bist schuld. Nein. Hasse dich. Hör, bei mir sitzt er immer noch hier. Du bewegst dich immer noch. Oh, ist das viel Blut. Guck dir die Sauerei an. Ich habe einen Bandit-Skill-Punkt bekommen. Das war es mir doch schon wert. Aber er sitzt immer noch hier und hoppelt. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Und ich bin ja nicht mehr drin gestürzt, ich bin da reingelaufen. Und neben dran ist der Jui. Den hast du ja auch schon wieder geschreddet. Wir können schon selber neu starten, weil es ist schon gar keine Fahrzeuge mehr da. Geh weg da jetzt, Robert. Mensch. What? Was? Glückwann zu zielen. Das Fadenkreuz zeigt auf den hinteren Reifen. Das muss erst eine Entfernung zurücklegen. Kommen sie mal weg da. Warte, wie weit fliegt denn das Ding? Sind sie jetzt weg? Meine Güte. Wir haben hier alles in die Luft gejagt, verdammt. Volle Dingung. Ja, ich zieh genau auf den Ding. Ne, das geht gar nicht mit dem Ding. Ich weiß nicht, wie man damit wirklich ziehen soll. Man hat zwar ein Fadenkreuz und das war's. Obwohl ich kann in meinem Ego-Monus. Dasselbe. Ich weiß nicht mehr genau, was war das? Du hast doch links im Menü, da steht doch irgendwas mit dem Ding. Ich würde jetzt zünden, da kommen Zombies. Wow, habe ich das richtig gesehen, dass gerade das Ding im Boden versunken ist? Tatsächlich nicht. Ist ja mal krass. So, dann wollen wir mal gucken. Machen wir mal einen Blick zurück. Achtung, ich hab ein paar Zombies mitgenommen. Dann muss man mal ausweichen. Das kann man so nicht erkennen, so vielleicht. Ja, es sind ein paar Zombies. Schwer zu sagen, wie viele das sind. Aber ist ausreichend. So, jetzt komme ich die Stelle runter von der Serpentine hinterm Krankenhaus. Alter, wie viele Zombies mir da nachlaufen. Kette. Mach einfach mal irgendwo ein Haus rein. Vorne rin, hinten wieder raus. Ja, muss ich auch, weil sonst bin ich gleich tot. Ich renne jetzt mal hier in die Industriehalle rein. Weil irgendeiner hat eben schon auf mich geschossen. Also warte auf sich, ja. Jetzt hat man die Satchel hingelegt, weil der ist im Arsch. Den müssen wir opfern. So. Hoppala. Top Salad. Achtung. Top Salad. Top Salad. Achtung. Geil. Geil, Hausnummer. Das gleiche machen wir jetzt mit der C-130 dahin. Entschuldigung. from the C-130 dahin. Ja, ha, ha, ha. Wir haben ihn auf der Straße. Das war... ...Montola. Aber inzwischen die Bäume hat er sie gefahren. Der wollte doch eigentlich damit fliegen. Im persönlichen Plan. Die United States Marines. Steht da drauf. Ja. Das ist klar. So, dann jocke ich mal eben ein paar Meter weg. Können wir gehen? Wo ist dein Vorarl eigentlich? So, will das jemand sehen? Zwischen den Born hier? Oh nö. Okay. Ich bin hier nicht zu weit weg. Jetzt crash mal den Baum mit Fisch. Nice one. Boah, ist das jetzt brennt? Geil. Meine Schöne. Ich glaube, die haben wir überhaupt nicht auf. Ah, jetzt sind es wieder ganz wenige. Aber dafür jede Menge Leichen. Ja, ha, ha, ha. Gib Kette. Komm her, ihr Zombies. Wir machen hier mal rein einen Tisch. So lange, dass ich irgendwo dagegen fahre. Oh, wie viele Leichen hier denn schon liegen. Oh, warm. Wer hat den Tank denn? Wen habe ich im Blick? Den Tank? Ja, der braucht... über drei Viertel voll. Der braucht keinen Sprit. Ist aber wohl im Pickup. Das ist die gleiche Tankstelle. Na, Zombies, war das schon alles, was ihr könnt. Eben war das so schön viele, das war so geil. Die Karatsch kam noch auf den Weg. Ja, kommen sie mal alle her, hauptsache du läufst nicht auf die Straße, man, ich würde dich jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr erkennen. Boah, die sind echt hartmärkig, da läuft noch einer, kriegt noch einer und hier läuft sogar noch einer. BAM! Was für eine sinnvolle Verschwendung von Benzin, aber alle Scheiben sind ganz, echt geil, sieht gut aus jetzt, die Karol. Ich samm noch ein paar Zombies, ich glaub's jetzt nicht, wo Zombies schon wieder hinter mir sind. Ich mach mal Aufnahme, ich lauf hier zurück, ich lauf in die Zombies rein. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Ich hab nicht mal geschossen oder sowas. Was? Was geht denn dir ab? Was ist der Hammer? Ohne einen einzigen Schuss abzugeben. What the fuck? Ich muss weg. Was ist das Simmer? Untertitelung des ZDF, 2020